In diesem Video zeige ich dir, wie du dein bestehendes Xcode-Projekt mit Unit-Tests oder UI-Tests nachrüsten kannst oder wenn du ein neues Projekt anlegst, wie du dort Unit-Tests oder UI-Tests aktivieren kannst bzw. dann selbstständig schreiben kannst. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das Ganze macht, wenn ihr ein neues Projekt anlegt. Das ist relativ einfach und danach zeige ich euch noch einmal, wie ihr das Ganze anlegt, wenn ihr bereits ein Projekt erstellt habt. Wenn ihr ein neues Projekt erstellt, habt ihr hier unten die Möglichkeit, Include-Tests anzuhaken. Sobald ihr es angehakt habt, werden euch standardmäßig schon Testklassen erstellt. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal angehakt, dass ihr seht, wie es aussieht. Und wenn sich jetzt Xcode öffnet, sehen wir jetzt hier unten unsere Test-Dateien. Und so haben wir hier einmal unser normales Test-Projekt und nochmal ein Test-Projekt für UI-Tests. Die Tests können wir ausführen, indem wir hier einfach entweder auf den Play-Button klicken. Dann können wir einmal alle Tests in dieser Klasse ausführen. Oder wir klicken auf die jeweilige Methode, die wir testen wollen. Wenn die Tests durchgelaufen sind und erfolgreich waren, wird hier einmal ein grüner Haken angezeigt. Ihr könnt alternativ eure Tests auch hier oben über diese Registerkarte ausführen. Hier seht ihr auch einmal alle eure Tests und könnt diese ausführen. Wichtig ist, dass wenn ihr eure Test-Methoden anlegt, dass der Methodenname am Anfang einen Test hat. Ansonsten erkennt Zwift nicht, dass diese Methode eine Test-Methode ist. Wenn ihr schon ein Projekt erstellt habt ohne diese Test-Projekte und ihr wollt diese noch hinzufügen, das kann ich euch einmal zeigen, wie es geht. Dafür lasse ich die hier einmal raus. Um jetzt ein neues Test-Projekt hinzuzufügen, könnt ihr hier oben einmal auf euer Projekt draufklicken. Dann klickt ihr hier unten links auf das Plus. Sucht jetzt hier in dem Fenster, was sich öffnet, nach Test. Und könnt jetzt entweder ein Unit-Testing-Bundle hinzufügen oder ein UI-Testing-Bundle. Ich mache jetzt einmal das Unit-Testing-Bundle, klicke auf Next, kann jetzt hier noch einen Namen eingeben und klicke auf Finish. Jetzt haben wir nochmal genau das gleiche wie eben und hier können wir jetzt unsere Unit-Tests hinzufügen. Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, noch unsere Datei zu importieren, die wir testen wollen. Ansonsten können wir auf diese nicht zugreifen. Dafür gibt uns Zwift auch die Funktion schon mit AddTestable. Und jetzt können wir einfach ganz normal Import schreiben und jetzt unsere Datei, die wir importieren möchten. In dem Falle, äh nicht Datei, welches Projekt wir importieren möchten. In dem Falle jetzt nehme ich das unser Test-Projekt. Also Test-Projekt ist jetzt der Name von meinem Projekt, was ich jetzt angelegt habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil es über Test steht. Aber hier können wir jetzt unser Projekt-Namen hinschreiben, welches wir testen wollen. AddTestableImport sorgt jetzt dafür, dass ich auf eine Methode zugreifen kann, die in meinem Hauptprojekt ist, welches ich testen möchte. Oder natürlich auch Klasse oder Struct. In dem Falle habe ich jetzt bei ContentView einmal hier eine Methode hinterlegt und ich kann diese jetzt aufrufen aus meinem Test-Projekt. Mit XCT Assert Equal kann ich jetzt verschiedene Sachen vergleichen. In dem Falle ist hier jetzt immer mein erwarteter Wert und das ist der Wert, den ich gegen testen möchte. Das ist aber nur ein sehr vereinfachtes Beispiel, um euch nur die Funktion zu zeigen, dass es diese XCT Assert Equal gibt. Wie ihr genau Unit Tests aufbauen sollt und worauf man achten sollte bei Unit Tests, das verlinke ich euch jetzt hier oben links in dem Video in der Endcard. Das wird in den nächsten Tagen online kommen. Wenn es schon online ist, seht ihr das da jetzt gerade verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.